Willkommen Leute zu einer fixen Runde Battlefield 4 Team Deathmatch auf Horace the Storm. Team Deathmatch, weil, ja ich weiß, ist nicht der spannendste Modus, aber Team Deathmatch, weil es nur ein kurzes Infovideo sein soll. Halt unterlegt mit ein bisschen spannendem Gameplay. Zur Info ich spiele live, das heißt nicht wundern, falls ich ein bisschen scheiße bin. Also sonst bin ich auch scheiße, aber... Dann hier vielleicht ganz besonders. Jedenfalls geht es darum, was ich demnächst mit dem Kanal machen werde. Ich werde auf jeden Fall mich ums Kanal-Design kümmern. Nicht jetzt sofort, erst in ein paar Wochen, aber es wird kommen. Also ein neues Intro. Ja dann halt neue Bilder werde ich erstellen. Kostet alles eine Zeit, aber es wird kommen. Dann was den Content angeht, natürlich regelmäßiger, weil bald habe ich mehr Zeit. Schulabschluss und so. An, ja was das sein wird, werde ich dann entscheiden. Am 27. Mai kommt ja Watchdots, aber da ich da mich besonders darauf freue und vielleicht nicht so zufrieden sein werde mit den Frame-Anzahlen hier, werde ich das höchstwahrscheinlich nicht aufnehmen. Tut mir furchtbar leid. Höchstens dann nachher mal so ein... Random Sachen, steh mir nicht im Weg rum. Boah, Leute, die mich blocken, ich könnte ausrasten. Also Watchdots vielleicht. Dann Battlefield hier hoffentlich. Mal gucken, ich werde meine Hardware, sei es Prozessor und Grafikkarte noch rüber takten. Mal sehen, was mir das noch so für Schiebe bereitet hier, leichtstechnisch. Das wird sich zeigen. Witz. Ah, das ist ein Scherz, ey. Ja, wie schon angekündigt, ziemlich scheiße und so, aber... Ja, in der Pin kann es nicht liegen, sehr schade. Schiebe ich sonst manchmal sehr gerne darauf. Ja. Aber es muss nicht sein, dass nur Videos kommen von Spielen, die noch auskommen. Kann auch sein, dass ein bisschen Oldschool-Sachen kommen, weiß nicht, Counter-Strike oder... Alter Schwede. Oder... Ja, Strategie, ich bin auch ein Strategieferder. So, ich konnte nur viel, was könnte auch kommen. Alles mögliche im Prinzip. Alles, was mein PC schafft. Äh. Danke, Kollege. Oh, ein Ungar. Interessant. Ups. So, so fix, wie ich mir das vorgestellt habe, ist es jetzt doch nicht. Und wie dauert es? Alter. Alter. Dauert es länger als gedacht? Nein, nein, nein. Hehehehe. Ja, so ist das. Ja. Ja. Das war's nicht. Alter, wer snippt hier? Ziemlich gute Runde, muss ich gestehen. In der letzten Zeit nicht so überragend. Ähm, deswegen bin ich gerade ein bisschen positiv überrascht, dass ich ja, so gut bin. Obwohl ich ja sofort Probleme kriege, wenn ich nicht volle 60 Frames habe. Das ist echt, das ist echt tragisch. Wie das hier röckelt, ey. Lieber Scholli. Ein Level 6er, natürlich. Hm, sieht nicht so geil aus. Mit dem Team werde ich das wahrscheinlich auch nicht mehr reißen können. Oh, direkter Treffer. Das muss wir getan haben. Oh, ohne Spaß, Alter. Danke. Aber blocken geht gar nicht klar. Von wo? Ach so, natürlich. Von einer Leiche erschossen. Sicher. So, komm. Lass mich spawnen. Ich hab leider auch schon fast das Geilste verpasst. Am Anfang war ich ein richtiges Biest. Ähm, hab erst dann auf die Aufnahmetaste gedrückt, weil ich mir nicht sicher war, ob ich, ob das jetzt ein gutes Match wird. Und es tut mir auch vollkommen leid, dass, ähm, dass ich jetzt in der Mitte so ein bisschen schweige. Aber ich befinde mich auch noch am Anfang meiner großen, vielversprechenden Karriere als YouTube-Star. Millionär. Milliardär. Ähm. Und deswegen denke ich mal, es ist zu entschuldigen. Hoffe ich einfach mal. Ne, das reißen wir nicht mehr. Ja, tut mir leid. Verlorene Runde. Aber da war jetzt auch nicht mehr drin mit dem, mit dem Kackspasten hier. Ja. Soviel dazu. Ich hoffe, wir sehen uns in einem der folgenden Videos wieder. Wenn auch immer die kommen. Ich hoffe so, so bald wie möglich. und den Schlusswort muss ich mir auch noch überlegen. Haut rein. ja, ich hatte auch noch nicht mehr. Bis zum nächsten Mal. ja, ja. Wie geht's mir auch noch bij.